Was ist die Idee der Supervision? Wenn man Supervision so im Sinne von jemand schaut über einen oder auf einen, dann klingt es ja vom Wort her schon fast wie Überwachung. Also erste Empfehlung, dass man Super dann lieber eher so hört wie im Jugendjargon und dass man das Wort Vision wie Sicht nimmt und wenn man eine wirklich gute Sicht durch was bekommt, dann ist das ein erfreulicher Zustand. Und ich glaube auch, dass das die andere Haltung in der systemischen Arbeit zu der Idee der Supervision wiedergibt. So wie Karl Robert Rogers in den letzten Jahren seines Lebens immer wieder sehr betont hat, dass er sich als Mitlernenden sieht und dass die Haltung der Überordnung, die mit der Vorstellung des Lehrens verbunden ist, nicht mehr seiner eigenen Auffassung vom Wesen seiner Therapie entspricht. So hat Gunter Schmidt manchmal gesagt, Gunter Schmidt ist der Gründer der Hypnosystemischen Schule von Heidelberg, wenn es irgendjemand hier im Raum besser geht als mir, läuft schon was schief. Und das heißt aber auch, nachdem ich Lernen eine der vergnüglichsten Dinge auf Erden finde, wäre es ungeheuer schade, wenn wir, zum Beispiel wenn ihr mit jemand Supervision macht oder wenn ihr Supervision bekommt, wenn das nicht ein gegenseitiger Lernprozess ist. Und es könnte sein, dass so wie wir die in der Sprache, die monologische Sprache eigentlich nicht als Grundlage nehmen können. Man kann nicht verstehen, wie ein Dialog je zustande kommt, wenn man Dialog als eine Zusammensetzung von Monologen auffasst. Das wäre so, wie wenn man seinen Gesprächsteil geprobt hat und hofft zufällig jemanden zu treffen, bei dem jetzt die Äußerungen passen. Das kann vorkommen, wenn man zum Beispiel einen Polyglott-Reiseführer gelesen hat, dann muss man hoffen, irgendjemanden zu begegnen, bei dem der Satz mal passt. Aber einen echten Dialog mit dem Reiseführer zu führen, ist eher eine kabarettistische Veranstaltung. Es ist zum Sprachenlernen ganz nett, aber es funktioniert nicht wirklich. Und etwas, was daran nicht funktioniert, ist, dass ein Dialog einfach nicht eine Verbindung von Monologen ist. Mit anderen Worten, aus der dialogischen Sprache kann man die monologische ableiten. Man kann, wenn man Dialoge führt, dann auch mit einem wichtigen Menschen, sogar mit einem verstorbenen Menschen oder sogar mit einem Dichter, den man nie kennengelernt hat, einen inneren Dialog führen. Aber man lernt den Dialog nicht über die Monologe. Also das heißt, das Grundlegende Sprachliche ist dialogisch. Und beim Lernen haben wir aber noch sehr stark, man könnte sagen, die Mono-Auffassung. Also so, als ob das Lernen eine Eigenschaft einer Person ist und jetzt ist da ein Kontext und da finden bestimmte Dinge statt und jetzt lernt die Person was. Und dann gibt es natürlich auch, man könnte sagen, solche Nürnberger Trichtermodelle. Und Nora Bateson hat die Lerntheorie ihres Vaters Gregory Bateson in einer sehr interessanten Weise weiterentwickelt. Nora Bateson ist die jüngste Tochter von Gregory Bateson. Und wir hatten jetzt kürzlich hier in der Bibliothek ein Seminar zusammen. Und der Begriff, den sie jetzt in letzter Zeit verwendet und vorschlägt im Rahmen von dem Bateson-Institut in Schweden, ist der Begriff der Symmathesie. Und unter Symmathesie versteht sie die Idee von wechselseitigen Lernprozessen als Basis aller Lernprozesse. Sodass also, man könnte sagen, auch nicht mehr die Monoform des Lernens, ich lerne was und das sind Bedingungen oder Lehrer, sondern in welcher Weise findet wechselseitiges Lernen statt. Und wenn ich sehe, wie viele Dinge ich lerne, dadurch, dass ich versuche, Dinge zu vermitteln, und wie oft ich auch mit Freunden gemeinsam was gelernt habe, wo wir später nicht mehr wirklich sagen konnten, wo überhaupt ein Gedanke entstanden ist, dann ist diese Idee, dass die Fälle, wo es halbwegs klar aussieht, hier ist der Lernende und hier ist der Kontext oder die Institution oder die Person, die lehrt, dass das vielleicht die Spezialfälle sind. Und mein Eindruck ist, wenn Nora Belzen ihre Ideen weiterentwickelt, dann könnte es sein, dass der Begriff des Mutual Learning, der Symmathesie, wie sie das nennt, zum Grundbegriff wird und der gewöhnliche Begriff des Lernens dann ein abgeleiteter Begriff wird. So wie ich meine, dass in der Sprachtheorie es ziemlich interessant ist, eine dialogische Sprachanalyse als Grundbegriff zu nehmen und die deskriptive Sprache dann daraus abzuleiten. So, also das war jetzt so eine allgemeine Überlegung. Das heißt nicht, dass, was ich jetzt gerade gesagt habe, notwendig ist, um das zu verstehen, was wir jetzt machen. Aber ich wollte einfach, dass Sie, dass Ihr wisst, in welchem Rahmen von Überlegungen mich das Thema im Moment besonders interessiert. Und in Bezug auf Supervision heißt es also, dass der Umstand, dass jemand für einen Fall, für eine Arbeit mit einem Klienten, für eine Beratungssituation, für eine Therapiesituation, für einen Mediationsfall, für ein Kooperationsprojekt, sich Supervision holt, nichts zu tun hat mit so einem hierarchischen Bild, sondern mit der Herstellung eines geeigneten Lernkontextes. Und der geeignete Lernkontext sollte einer sein, in dem im gewissen Sinne alle Beteiligten lernen, sodass zum Beispiel ich in dem Vorgespräch, wenn ich eine Supervisionsaufstellung mache, von dem Klienten auch belehrt werde, wie eine gute Arbeit mit ihm aussieht. Und dafür hat zum Beispiel die Art und Weise, wie der Begriff des Widerstands sich aus dem ursprünglich analytischen Kontext etwa bei Steve de Schaeser oder etwa bei Gunter Schmidt im hypnosystemischen Ansatz verändert hat. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Steve de Schaeser lehnte den Begriff in gewissem Sinne ja ab und wurde manchmal als jemand, der den Begriff abgeschafft hat, bezeichnet, was nicht ganz stimmt, aber sehr weitgehend stimmt. Und er sagte in seiner typischen, apodiktisch knappen Version, Resistance is a therapist's mistake. Also Widerstand heißt, dass der Therapeut oder der Beraterin einen Fehler gemacht hat. Das ein bisschen genauer ausbuchstabiert, hat Gunter Schmidt, wenn er gesagt hat, Widerstand ist ein kostbares Kommunikationsangebot der Klienten an die Therapeuten zur kooperativen Umgestaltung des Rahmens der Therapie oder Beratung. Also die Idee, dass Widerstand per se so etwas Ähnliches ist wie ein Geschwindigkeitsanzeiger und zum Beispiel sagt, wir fahren gerade in einer für unseren Prozess jetzt nicht förderlichen Geschwindigkeit. Das ist ein bisschen gut.